Die hochschwangere Miriam will gut vorbereitet sein, wenn ihr erstes Kind zur Welt kommt. Meist kommt es aber doch ganz anders. Meine Freude ist so groß, aber ich habe auch einfach ein bisschen Angst und Unwohlsein, wenn man sich das alles so anguckt. Angst ist kein guter Begleiter für eine Geburt. Ich würde da eher mit Respekt dran gehen. Das macht ja schon was. Das Wort Angst macht ja schon was mit Angst. Ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Oh, doch. Das tut so weh. Mein Bauch. Oh mein Gott, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich auf Toilette musste. Das wäre jetzt total peinlich. Es scheint das für mich eher ein gynäkologisches Problem zu sein. Irgendwas mit der Blase oder so. Ich würde vorschlagen, wir brechen jetzt einmal die Kreislaufführung hier ab und wir gucken mal, dass die noch zum Arzt kommen. Ich hole mal eben einen Stuhl. Genau, hol mal einen Rollstuhl und dann raus. Das ist so krampfartig immer. Das kommt immer so. Vielleicht muss ich auch gar nicht auf Toilette. Ja, da müssen die Gynäkologen einmal drüber gucken, was da mit ihr haben. Vielleicht haben sie einen Harnwegsinfekt. Das macht dann oft auch so Symptome. Das tut halt weh. Und dann kann man auch manchmal den Urin nicht halten, weil man auch gar nicht merkt, dass man da jetzt muss. Dass es sich keineswegs nur um einen harmlosen Harnwegsinfekt bei Miriams 16-jähriger Schwester handelt, soll Ärztin Emma Heitmann alsbald herausfinden. Berufsschülerin Hanna hofft auf schnelle Hilfe, denn der Teenager steckt gerade im Prüfungsstress. 16 Jahre habe ich mitgekriegt. Bauchschmerzen. Schwester kriegt ein Kind und Ihnen geht es nicht gut. Richtig? Ich habe totale Schmerzen. Oh je. Na, dann schauen wir mal den Bauch an. Ich habe schon alles vorbereitet zum Schallen auch. Ja, dann mache ich das. Ich meine, für mich war es schon relativ komisch im Kreißsaal, dass sie dann plötzlich Wasser gelassen hat. Also ich habe mir da schon einiges ausgemalt. Aber als unsere Frau Doktor dann das Ultraschall gemacht hat, ja, wir waren alle geschockt und unsere Patientin ist recht. Ach, ja. Gut? Ja. Oh. Oh. Ja. Ist das okay? Nee. Was ist denn los? So, jetzt nehmen Sie erst mal den Mundschutz ab. Ich hoffe, Sie sitzen gut oder liegen gut. Ja, ich weiß. Sie sind schwanger. Was? Ja, ich habe nämlich ein Baby gefunden. Nein, nein. Das kann nicht sein. Doch, ich habe einen. Nein, ich vermute. Das ist nicht möglich. Das ist eindeutig schwanger. Das ist aber nicht möglich. Ich habe das gesehen. Wie kann sowas sein? Merkst du, fühlst du das nicht? Also das Tränen? Nein. Nein. Keine Bewegung, nichts gemerkt. Nein, ich dachte, das wäre so Stress wegen, weil ich Prüfungen schreibe viele und dann... Wir haben ein Baby gefunden, ja. Und dieses Baby... Ja, bitte. So, also das Baby will raus. Das heißt, Sie sind nicht nur Mutter oder werdende Mutter, sondern mehr oder minder schneller als Ihre Schwester. Das, was wir erlebt haben oder erleben, ist Fruchtwasser, ja. Die Schmerzen sind Wehen und sie sind ein Fall für den Kreißsaal. Wow. Wow, ne? Ja. Ich kann jetzt kein Kind kriegen. Das ist... Ich bin 16. Das ist doch nicht möglich. Wieso merkt man das nicht? Ich meine, ich rede die ganze Zeit über meine Schwangerschaft und sie ist schwanger und bekommt ein Kind und... Was? Dass eine Schwangerschaft nicht bemerkt wird und vor allen Dingen, wenn sie schon so weit fortgeschritten ist, dass man schon quasi in der Lage ist, das Kind zu kriegen. Das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt ungefähr. Ja, ja, so meine Erfahrung, zwei, dreimal im Jahr muss man das, oder habe ich das beobachtet. Die jungen Damen verdrängen das einfach. So was nicht sein darf, das ist dann auch nicht. Und die erklären sich einige Dinge, die wir klassisch als Schwangerschaftsprobleme, Übelkeit, Kindsbewegungen und so weiter einordnen würden. Das erklären die sich einfach anders. Durch Stress, durch Magen-Darm-Verstimmung und so weiter und so fort. Gibt es einen Freund? Ja. Ja, mein Freund, mein jetziger Freund ist dann auch der Vater. Jetzt muss man den Eva mal Bescheid sagen, die muss uns erstmal ein CTG schreiben, damit wir wissen, ob es dem Baby gut geht und in welchen Abständen die Wehen kommen. Wie soll ich das denn hinkriegen? Wir schaffen das. Guck mal, du hast Mama, Papa, du hast mich. Ich weiß nicht, was mit Jakob ist, aber wir müssen die vielleicht auch mal anrufen. Das ist so schrecklich. Nein, das ist nicht schrecklich. Das ist wirklich schön, aber wir schaffen das. Mit 16 ein Kind zu bekommen, ist schon eine große Hausnummer. Ich denke mal, dass viele in dem Alter noch ganz andere Sachen im Kopf haben. Aber wie man hier gesehen hat, hat unsere Patientin Unterstützung von ihrer Schwester, die selber schwanger ist, die Eltern. Und wir haben auch so viele Beratungsstellen, die jungen Jugendlichen in Schwangerschaften, bei Geburten und Kinderkriegen und so weiter unterstützen. Sie wollten jetzt die Eltern anrufen? Ja, ich rufe. Also die sind im Urlaub. Deswegen habe ich Sie ja heute mitgenommen. Ich habe meine Pille genommen die ganze Zeit. Okay, auch keine Periode genau. Nein, ich nehme die durch. Und deswegen habe ich die beim Frauenarzt auch nicht gewählt. Ich hätte vor vier Monaten einen Termin gehabt, aber durch den Prüfungsstress habe ich den abgesagt. Und dann habe ich auch gar nicht mehr daran gedacht. Wollen Sie dann draußen telefonieren? Ja. Der weibliche Körper ist dafür gemacht, was zu verstecken. Und manchmal verstecken sich die Babys dann auch, dass sie sich mehr nach innen orientieren, dass man von außen gar nicht diesen typischen Schwangerschaftsbauch sieht. Das passiert leicht bei leicht, ich sage jetzt mal pummeligen Mädels, die ihr Körpergefühl nicht so nach außen tragen wie die schlanken Mädchen. Und eben halt das im Zusammenhang mit dem Verdrängungsprozess, kriegt das Baby halt mit und sagt, okay, ich muss mich auch verstecken. Und dann wächst der Bauch so ein bisschen nach innen. Ich bin schwanger. Ich bin gerade im Krankenhaus und die haben gesagt, ich bin schwanger und ich kriege gleich mein Kind. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe sie durchgehend genommen. Das kann doch gar nicht sein. Wie scheiße ist das? Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin auch 16. Ich bin zu jung, Mutter zu werden. Ja, sorry, das ist mir echt zu blöd. Ja, also, ich muss das jetzt beenden. Ist das dein Ernst? Ja, also, ciao. Ja, komm. Hallo? Der hat jetzt aufgelegt. So, jetzt können wir nicht lange überlegen. Passen Sie mal auf. Die nächste Wehe kommt bestimmt. Wir gehen jetzt einmal im Kreis halt. Ich will unbedingt wissen, ob es dem Baby gut geht. Wir haben ja nichts. Wir haben keine Blutgruppe. Wir haben keinen Mutterplatz. Können Sie denn bis zum Gang noch laufen? Ja, ne? Ich sag ja, die nächste Wehe kommt bestimmt. Dann einmal die Taschen. Das sind menschliche Tragödien, aber wir wollen jetzt nicht noch eine medizinische Tragödie dazu haben. Doch auch die medizinische Tragödie soll der 16-jährigen Teenie-Mutter nicht erspart bleiben. Die von Wehen-Schmerzen geplagte Schülerin muss nämlich eine weitere Hiobsbotschaft verkraften. Und die hat mit Hannas ungeborenem Kind zu tun. Hanna, ich habe unsere Eltern erreicht. Und die brechen den Urlaub ab und kommen jetzt so bald wie möglich zurück. Du bist nicht alleine. Wir sind alle für dich da und wir haben dich alle ganz doll lieb. Hanna, du kriegst das schon hin. Oh, so weh. Ja, wir müssen gleich mal gucken. Vielleicht können wir auch eine PDA legen. Dann sind die Schmerzen besser. Okay. Und jetzt schön auf die Atmung konzentrieren. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit den Schmerzen unter der Geburt besser klarzukommen. Ganz wichtig ist die Atmung. Wenn man alles zusammenkneift und die Zähne zusammenbeißt, dann ist der Schmerz noch viel schlimmer. Und wenn man sich da auf die Atmung konzentriert und auch ein bisschen auf Bewegung achtet, das Becken schaukelt, dann kann man die doch deutlich einfacher ertragen. Mann, wie kam das denn so? Hanna? Wir haben jetzt gerade ein Problem. Du, deinem Kind geht es gerade nicht so gut. Ich möchte dich einmal bitten, dich auf die Insel zu legen. Die Herztöne gehen gerade ein bisschen runter. Leg dich bitte einmal hin. Und dann würde ich dich gerne einmal untersuchen. Das geht ihm noch gut, oder? Nimm dem Kind den Sauerstoff. Du drehst dich jetzt bitte einmal direkt in den Vierfüßlerstand. Ja, dreh dich einmal rum. Die 16-jährige Hanna möchte das kleine Wesen in ihrem Bauch auf keinen Fall gefährden und setzt alle Anweisungen von Hebamme Anja Panek tapfer um. Die erfahrene Geburtshelferin erklärt dem Mädchen, warum insbesondere diese Stellung dem Baby hilft. So, wir nehmen jetzt gerade, der Nabelschnur, den Druck weg durch die Position. Dann versuch dich bitte auf die Atmung zu konzentrieren, bis die Ärztin da ist. Ach super, das ist ja schon. Der Druck ist jetzt weg. Das Kind erholt sich gerade wieder ein bisschen, aber okay. Gut, ich putze Ducolyse direkt, sag ich mal. Die Nabelschnur ist schon so ein kleines Wunderwerk der Natur. Sie verseucht das Baby mit Nährstoffen, hält Schadstoffe fern und verseucht das Kind mit Sauerstoff. Kommt sie vor den Kindskopf bei der Entbindung, gibt es natürlich riesige Probleme. Das Kind wird unterverseucht, dem Kind geht schlecht und dann muss man das Kind aus dieser Notlage befreien. Da hilft dann einfach nur ein Notkaiserschnitt. Jetzt müssen wir das Kind rausholen. Ja, es gibt keine Alternative. Was bist Du hier? Du bist der letzte Mensch, den ich hier sehen will. Ach jetzt, bleib mal. Du hast gerade so reagiert und ich will nicht, dass Du hier bist. Ich habe keine Ahnung, Jakob ist hier und ich schicke den jetzt weg. Geh weg! Ja, es tut mir leid. Nein, ich würde vorschlagen, Sie gehen mal raus. Wir haben hier eine echte Notsituation. Es geht jetzt hier um ein Baby, das wir da heil rausholen müssen. Und bitte gehen wir raus. Das wirst Du nicht sehen. So, wir gehen raus. Was braucht Ihr? Und holst Du einmal die Trage, dass wir eine OP können. Trage! Jetzt gilt es, dem Baby der Teenager gesund auf die Welt zu verhelfen. Nach dem Notkaiserschnitt soll sich zudem aufklären, warum die 16-jährige Hanna trotz konsequenter Verhütung schwanger wurde. Dies könnte nämlich auch anderen Frauen passiert sein und der Grund dafür ist kriminell. Wie sie schläft. Ich muss mich auch nochmal wirklich herzlich entschuldigen bei Dir. Also ich hoffe, Du bist mir nicht allzu böse. Wir kriegen das irgendwie hin. Das glaube ich auch. So, ich wollte einfach nur eine Sitte machen. Für unsere Blitzmama. Ach Anja, Du bist ja da. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja. Bisschen durcheinander immer noch. Das sieht ja klasse aus. Ja, super. So, Blitzmama, ne? Kommt man mit Bauchschmerzen in die Klinik, zack, ist man Mutter und wie kann sowas passieren? Haben Sie eine Erklärung? Ich weiß nicht. Ich habe meine Pille immer durchgenommen. Ich hatte sie im Türkei-Urlaub letztens vor ein paar Wochen, hatte ich sie vergessen. Also ein paar Monate eher schon. Und da hatte ich sie mir dann in der Apotheke Rezept freigeholt. Miriam, kannst du die mal rausholen? Die Pille ist ein sehr sicheres Verhütungsmittel, wenn man sie regelmäßig einnimmt. Da kommen nämlich so einige Dinge ins Spiel, die man auch völlig unterschätzt. Viele Schwangere vergessen ihre Pille. Es kommen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten ins Spiel. Es kommen Magen-Darm-Infekte. Bei unserer Patientin, die hat die Pille wirklich regelmäßig genommen, kam dann noch ein ganz neues Thema ins Spiel. Sieht ein bisschen krumm aus. Also genommen hat sie sie. Das kann man sehen, ja. Aber da ist gar kein Prüfmodul drin. Das ist ein Fake. Aber ich wusste das ja nicht. Ich dachte, das ist überall normal. Also brav genommen, aber da sind diese Kontrollmarker nicht drauf. Also das ist ein Riesenproblem mit gefälschten Medikamenten. Man denkt, man nimmt einen Wirkstoff. Dabei ist da, weiß ich nicht, Smarties, Zuckerperlen. Zuckerperlen, ja. Das ist Zuckerwasser gewesen. Das ist der Grund. Das ist der Grund, ja. Das ist ein Riesenproblem. Da muss man höllisch aufpassen. Also das heißt natürlich nicht, dass alle Medikamente, wir wollen jetzt nicht hier irgendwie global irgendwie was erzählen, dass alle Medikamente schlecht sind. Aber diese Pillenpackung ist ein Fake. Gefälschte Medikamente sind ein Riesenproblem. Der Käufer kann das nicht abchecken, ob die Medikamente echt sind. In der EU enthält jedes verschreibungspflichtige Medikament einen QR-Code, wo man eben halt gucken kann, wo es herkommt und die ganzen Vertriebswege. Aber leider in anderen Ländern sind die Kontrollen nicht so scharf. Und solange damit noch sehr viel Geld verdient wird, kommt es immer wieder vor, dass Fakes auf den Markt geraten und eventuell die Patienten schädigen können. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und sich wirklich ganz sicher sein, dass man da keinen Blödsinn macht. Ich nehme das aber mal mit, weil wir nehmen das sehr ernst. Vielleicht kriegen wir da mehr zu raus, dass andere nicht da auch noch drauf reinfallen. Okay, danke schön. Aber ich sehe schon, Anja kümmert sich. Genau, wir legen die Kleine Maus jetzt mal an, oder? Möchtest du still hin? Ja. Ja? Und ich gehe weiter bis jetzt. Die 16-jährige Hanna ist von ihren Muttergefühlen überwältigt und auch Kindsvater Jakob hat sich schon in seine kleine Tochter verliebt. Den Teenager-Eltern wird von vielen Seiten Unterstützung zuteil, so dass sich die beiden gut in ihre Elternrolle einfinden und sie auch ihre Ausbildung beenden können.